Oh hey! Möchten Sie mehr über die Suchmöglichkeiten in mFiles erfahren? Dann sind Sie hier genau richtig, denn wir sprechen jetzt über Suchoptionen. Suchoptionen werden manchmal auch aus erweiterte Suche bezeichnet und sind ein großartiges Tool, wenn Sie Ihre Suchanfragen näher eingrenzen möchten oder ebenfalls etwas spezifischer sein soll. Dabei können Sie Metadata Sentences aus Suchphasen verwenden. Suchen wir beispielsweise mal nach einem Projektplan. Sie können sich das so vorstellen, als würden Sie sich eine Frage stellen und diese beantworten. Zum Beispiel, nach welcher Art von Dokument suche ich? Nach einem Projektplan. Überlegen Sie sich einfach, welche Eigenschaften und Werte zum Speichern des Dokuments verwendet wurden. Sollten Sie das nicht auswendig wissen, können Sie auch jederzeit eine ähnliche Metadata Card aus Referenz öffnen. Und wenn Sie möchten, können Sie Ihre Suchbedingungen von hier aus auf die Standardeinstellungen zurücksetzen und von neuem beginnen. Das sind aber noch nicht alle Suchoptionen. Unter zusätzliche Bedingungen können Sie die Metadata nutzen, die Ihnen einfallen und beliebig viele Suchphasen eingeben. Denken Sie aber daran, dass Objekte nur dann in den Ergebnissen erscheinen, wenn Sie sämtliche Bedingungen erfüllen. Und wie ich bereits erwähnte, können Sie die Metadata Card als Referenz verwenden, wenn Sie sich nicht mehr an die Eigenschaften und Werte erinnern können. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Das sind eine großartige Möglichkeit, an die richtigen Informationen zu gelangen. Und es gibt noch viel mehr zu entdecken. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, schauen Sie sich einfach das nächste Video an. Ich freue mich auf Sie!